Wir sind Bertram und Sibylle Tasch aus Thüringen in Deutschland. Ich bin von Beruf Handwerksmeister und Wirtschaftsingenieur. Ich bin Malerin und Einzelhandelskauffrau. Wir gehen mit Cumundo in unseren zweiten Einsatz nach Sambia. Die Partnerorganisation dort, eine italienische NGO, hat das Sitzetekele-Jugendprojekt in den 90ern ins Leben gerufen. Um das Problem der auf den Straßen von Dorla lebenden und arbeitenden Kindern und Jugendlichen anzugehen. Sitzetekele bedeutet in der lokalen Bemba-Sprache Hoffnung. Das ist auch unsere Motivation. Wir möchten uns mit unserem Fachwissen und Können in der schulischen und beruflichen Ausbildung einbringen und somit den jungen Menschen eine Perspektive für die Zukunft ermöglichen. Untertitelung des ZDF, 2020